Läuft Laura Müllers Karriere auf Onlyfans nicht mehr gut? Momentan erwarten sie und ihr Mann Michael Wendler ihr erstes Kind. Dennoch kann es die werdende Mama nicht lassen, ihren Account auf Onlyfans mit neuen freizügigen Bildern zu versorgen. Das sorgt im Netz derzeit für viel Entsetzen. Dabei gehen Lauras Zahlen auf der Plattform steil nach unten. Zu Beginn ihrer Karriere auf Onlyfans darf sich die 22-Jährige noch über viele Likes und Abos freuen. Ihr erstes Bild erhält 154 Gefällt-mir-Angaben. Mit diesem Foto verdient Laura zudem umgerechnet 200 Euro Trinkgeld. Von diesen Zahlen kann die Schwangere nun bloß noch träumen. Ein aktuelles aufreizendes Babybauchfoto gefällt nur 13 ihrer Follower. Social-Media-Experten sind jedoch sicher, dass die umstrittenen Schwangerschaftsbilder Laura ganz schön viel Geld einbringen können. Der Marketing-Spezialist Christian Biedermann erklärt, Ob das ItGirl diese Summe trotz ihrer sinkenden Likes erreichen kann?